Ach stimmt, du hast ja erzählt. War das nicht passiert? Mit dem Kastrieren und ein Ei war woanders? War das da? Nein, aber ich find's sehr interessant, dass man das alles erzählt. Ey, wer läuft denn hier in die Wand, Alter? Man's gut schon. Ja, ich versuch. Hallo! Scheiße! Scheiße! Oh! Da kommen welche, vorne direkt. Ich seh es noch. Ja. Einer ist tot. Ich hab's direkt, Alter, gedrückt. Oh! Ey, hier sind ja lauter Assis. Oh! 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 Ich seh ihn! Da zwischen den Bäumen. Und drüber? Zwischen, hier zwischen... oh nein mein kill ich hab den davor schon zweimal Alter mit der Winfield läuft's halt irgendwie ja ich hab gerade mit der Winfield einen Karabiner ausgetauscht warte mal ich meine ich hab gerade selbst vom Nordwesten gehört ja ich auch kommen doch welche ja da vorne ziemlich weit hier außen nein Matze der Linken noch einen Hit dann ist er tot Sauber Aftung, da rennt ihr hinterher da Nein Scheiße oder die Draenei genauso fand ich auch geil also ich hab ich find Draenei auch richtig cool aber nee was kriegen wir stattdessen man kann man kann Panda nehmen und dann wählen Panda ich ich fand's ja am Anfang fand ich's schön so Pantaria rumrammeln und hier ist das Pantaria ja ja und auf der Insel war alles schön gemacht und lustig und die Schweinchen auf dem auf dem Bauernhof und so aber irgendwann gingen mir diese Idioten auf den Sack diese Pantas überall mit ihren Sprüchen genieße ja ich hab mir ja auch einen Panda gemacht ne ich nicht glaube ich ich nicht jedenfalls haben wir uns auf Arbeit immer Pizza bestellt und haben dann mal gesagt der Pizza Fritze kommt so und irgendwann hab ich so wir hatten auch so einen älteren Arbeitskollegen der so kurz vor der Rente war und da hab ich zum Kumpel gesagt was auch jetzt sag ich Pizza Fritze kommt ne ich frag ob der Pizza Fritze schon da war hast du's verstanden habt ihr's verstanden ja die Pizza Fritze ja aber der der da bin ich so zu ihm hin und sag und war der Pizza Fritze schon da und er nö noch nicht das ist geil er hat wahrscheinlich so für sich im Geist die Worte Pizza Fritze formuliert oder sowas ja ich hab einen Kader und ne Katze ach stimmt du hast ja erzählt war das nicht mit dem Kastrieren und ein Ei war woanders war das war das da nein aber ich find's sehr interessant was man hat der Pascal ne Katze und die haben eigentlich gedacht sie haben ne Katze gekauft also praktisch ihnen Worte erzählt das ist ne Katze und später stellte sie ja raus ok da also da waren die Hoden quasi innen gelegen na nur einer warte mal warte mal warte das schönes Kind wann war denn das gibt's doch ja ich komm doch hier aus meiner Bude überhaupt nicht raus nur eine hat das Viech oder was ja zwei das andere war das andere war drin hab ich das hier träumt ich träum doch nicht von eineiigen Katzen ich kenne nur eineiige Zwillinge aber eineiige Katzen die wurden mir bisher unbekannt ne aber kennt ihr das ihr seht auf der Straße jemanden und denkt euch den kenne ich und dann überlegst du woher und du kommst ins Verrecken nicht drauf und das macht nicht fertig sowas das kommt eher so selten vor bei mir ja das ist relativ selten es kommen dann Leute zu mir die mich erkennen und ich bin ja halt ich bin halt so eine typische Person wenn ich nicht wirklich intensiv mit dieser Person mal irgendwas zu tun gehabt habe ja also im engeren Freundeskreis gewesen ist oder sonst was ich vergesse Menschen unheimlich schnell da ist doch das Schwein drin ja da ist schon welcher wüten wo sind die denn rechts im gebäude das einzige was man versuchen kann ist von diesem übergang da rüber zu kommen aber da ist ein welches fass das ist auch nicht so oben auf dem dach ist einer ja und ich glaube über mir ist auch einer ich bin mir aber nicht sicher über dir kann aber nicht sein scheiß bitch warte blöde vier ich kann ich kann selbst so schlecht lokalisieren ich habe einen sauber ja ich verstehe nicht warum er nicht beim ersten schuss nicht verreckt ist kommt eine erstigung und ist bei mir geschluckt ja das weiß nimm du es niggi hat jemand was zum fackeln ich bin schon stufe 90 irgendwas hat jemand was zum fackeln ne ich will ja krass den karabiner nehmen ja und dann fackeln wir sind jetzt in der hütte drin ihr seid ja auch da ne wir sind oben auf dem dach mhm da vorne sind die bounties ich kann es mir weißt du noch wir haben einmal von hier oben zwei leute gebildet ja das war auch geil soll ich mir jetzt einfach ein bounty nehmen ja wenn du kannst und dich dann mal umgucken ja und ach bist du drin ja unter mir also direkt unter mir sind zwei hast du im erdgeschoss sind die ja wenn ich im ersten hier ist keine laterne man weiß das ich hab ne laterne gefunden so wohin oben auf dem dach kannst du hier hoch hier kannst du hier hoch klettern jetzt wärst du gleich hier hochgeklettert da liegt gleich wenn du hochkommst links dann nochmal links und dann kannst du die kasse nehmen und dann schmeißt du die laterne drauf hier ist der gute und dann die sind schon am dings mit oh man am hinweis ja passt auf der hat ne schrotflinde respekt und dann 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 ob er kennt einer ist tot sehr gut ich meine dings raus 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 wir sind die leider bis zum schluss runter klettert klingt oder sehr schön danke ich bin ausgegangen keine sekunde zu früh äh ich seh keinen blöd ich bin zu zweit oder was mich an nimm den hinweis mit drauf ich wollte jetzt jetzt mal danke das große husten kannst du jetzt auch mal gucken ich hab grad geguckt nichts gesehen naja auf zum nächsten boss ja ok ok ich hab noch eine sekunde ich brauch nämlich nochmal ein leben so also du musst vorgehen holzverarbeitung was denn wer läuft nicht in die wand alter alter was ist denn so bei mir los hast du einen aussetzer gehabt hakt's aus jetzt steht du hast ein disconnect oder was siehst du ihn auch ein baum hängt da oben ja ja und hat irgendwie halbsgenickstacher wie das aussieht warte 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 ich versuchte hallo scheiße wir werden beschossen Mist ich wusste man hätte ihn anzünden müssen hat ein Hit ja du bist tot scheiße wie du so abgeschmiert scheiße wie ist denn das also dein spiel ist abgeschmiert ja die hat aber gerade auch lecks gehabt die kommt also eine kommt links rum über die brücke die ist schon am weg oh sonst hätte ich gedacht wir wir müssen dich irgendwie komplett tot kriegen so hinter mir oh wieder dieser idiot mit seiner scheiße ach ne dann karabiner oh niki du bist allein oh niki brauchen nur noch einen schuss da aber 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 moment moment es war nicht umsonst mhm du hast dich doch noch umgeliefert ja nein guck das kurz das ist geil Micha wie er lebt und lebt die haben halt diesen Apfelpo an wohl geformt denn oh wydd d do dans d d d d d d d Untertitelung des ZDF für funk, 2017